Indonesien 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 Verzeihung, es kommt irgendwie davon, wenn man Sam Raimi fragt, wo irgendein Land liegt. Aber ich glaube, es geht da nicht nur mir so. Erst vor wenigen Jahren ist Indonesien zum ersten Mal wirklich auf unseren Heimkino-Bildschirmen und Leinwänden eingeschlagen. Dort dann aber ungefähr mit der Wucht der Handkante von Ico Uweiß im Genick einer nichtsahnenden Wache. Klatsch! Ja, The Raid ist ein absolutes Action-Meisterwerk und ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, wie ähnlich sich The Raid und Dread damals waren und dass es beide Filme eigentlich verdient hätten, eine Fortsetzung zu bekommen. Aber im Gegensatz zu Dread, der noch immer drum kämpfen muss, hat The Raid eine Fortsetzung erhalten, die den ersten Teil noch tatsächlich in einigen Belangen noch in den Schatten stellen konnte und wahrscheinlich eines der großartigsten Action-Feuerwerke der letzten Jahre gezündet hat. Da kann man natürlich definitiv gespannt sein, wenn Hauptdarsteller Ico Uweiß wieder zurückkehrt auf unsere Bildschirme und in dem neuesten Film Headshot nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch noch Teile der Action-Choreografie und der Stunts selber macht. Gedreht wurde Headshot übrigens von Kimo Stamboel und Timo Tajanto, die man bereits kennt als die Moe Brothers, die uns unter diesem Namen vor einiger Zeit den Film Macabre geliefert haben, der von Dragon im Mediabook erschienen ist, beziehungsweise den Film Killers und dessen ungekürzte österreichische Auswertung sich Illusions Unlimited Films gekümmert hat. Aber bei Headshot ist das Ganze nicht dermaßen kompliziert. Der Film erscheint über Koch Media auch in Deutschland in seiner ungekürzten Form. Das ist allerdings etwas, das gar nicht einmal so selbstverständlich wäre, denn Koch Media hat sich gegen eine gekürzte FSK-Version entschieden, danke Koch Media, und hat den Film stattdessen einfach in seiner ungekürzten Fassung mit Spio JK-Freigabe veröffentlicht, weil der Film einfach durch die FSK gerasselt ist. Und jetzt, nachdem ich Headshot gesehen habe, ja, ja, es ist, es ist, ja, ja, es ist nachvollziehbar. Headshot feuert ein Actionfeuerwerk ab, das eigentlich aktuell wirklich seinesgleichen sucht. Man darf es allerdings trotzdem nicht ganz mit dem vergleichen, was einem The Raid 2 damals vorgesetzt hat, ein Film, wo ich noch immer absolut fassungslos bin, dass er eine FSK-Freigabe bekommen hat, der sich aber, finde ich, von The Raid in einem wirklich wesentlichen Punkt unterscheidet. Bei The Raid war die ganze Gewalt, förmlich bis hin zu einem Baseballschläger, den jemand so fest ins Gesicht geschlagen bekommt, dass er dort stecken bleibt, dermaßen cartoonhaft und grotesk überzeichnet, und teilweise sogar ins Absurde getrifftet, dass die FSK damit offensichtlich weniger ein Problem hat. Headshot allerdings ist 100% down to earth. Gewalt tut weh in diesem Film. Wird zwar natürlich typisch etwas übertrieben dargestellt, wird aber eigentlich übertrieben natürlich dargestellt und vor allem schonungslos und brutal dargestellt. Es gibt in diesem Film eigentlich keine Guten, die den ganzen Film hindurch nur Gutes machen. Wir bewegen uns eigentlich in dem Spektrum, das wir in den 80er Jahren mit Arnold Schwarzenegger und Co. bereits bei den ganzen Action-Klassikern ausgelebt bekommen haben. Aber vielleicht einmal ganz kurz zur Handlung des Films. Iko Uweiß zeichnet sich dadurch aus in dem Film, dass er tatsächlich einen Headshot kassiert hat. Etwas, das grundsätzlich normalerweise eigentlich eine relativ finale Angelegenheit wäre, aber er überlebt, wacht in einem Krankenhaus wieder auf, hat allerdings keine Erinnerungen an das, was vorher passiert war. Er weiß nicht, wie er dort hingekommen ist, er weiß nicht, wer er war und er weiß vor allem nicht, wo er vorher irgendwie unterwegs war und welche Leute seine Kontakte waren. Und das kommt dann relativ bald und beißt ihm in den Hintern. Denn, was Ishmael, so nennt er sich nach einem Moby Dick Charakter, nicht weiß, ist, er hat für einen Gangster gearbeitet. Einen der größten, gemeinsten und widerlichsten Mafia-Bosse, die es in Indonesien gibt. Einen Typen, der in der deutschen Synchronfassung des Films, muss ich ehrlich gesagt sagen, ziemlich absurderweise, teilweise deutsch und teilweise englisch spricht. Etwas, auf das ich ganz gerne verzichten hätte können. Aber ein Charakter, der auf jeden Fall wirklich die geballte Bösartigkeit ausstrahlt, mit allem, was er im Verlauf des Films tut, beziehungsweise vor allem mit dem, was wir dann erst gegen Ende des Films alles über ihn erfahren. Auf jeden Fall war Ishmael einer seiner besten Männer und wird demnach natürlich dann auch von dem Gangsterboss gesucht. Dabei hat sich Ishmael allerdings mit der Krankenschwester angefreundet, die ihm geholfen hat und die wird dann auch noch entführt. Und ich glaube, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, ja, Headshot wird keinen Preis für das originellste Drehbuch bekommen. Das ist aber auch gar nicht notwendig. Wir wissen, dass Iko Uwe, obwohl er quasi für den Gangsterboss gearbeitet hat, der klassische, stereotypische Good Guy ist in dem Film. Wir wissen ganz klar, wer der Bad Guy ist und wer dessen Handlanger sind. Und wir warten einfach nur drauf, dass sie auf die Mütze kriegen. Und auf die Mütze kriegen sie. Bis denn Tug teppert. Wenn man sich mit Headshot wirklich ausführlicher beschäftigt, dann sieht man, dass man sich teilweise bei den Kampfchoreografien wirklich bemüht hat, einerseits eine wirklich tolle dynamische Kamera zu verwenden, teilweise fährt die Kamera um 360 Grad um die agierenden Personen herum. Einstellungen sind wirklich für Kämpfe unglaublich lang. Man merkt einfach, wie talentiert und wie professionell die Schauspieler und Action-Darsteller hier ans Werk gehen. Und das ist etwas, was den Action-Fan in euch wahrscheinlich genauso begeistern wird, wie es den Action-Fan in mir begeistert hat. Ich hatte mit Headshot wirklich großen Spaß. Der Film läuft mit circa zwei Stunden eigentlich relativ lang für einen solchen Film, ist aber trotzdem zu keiner Zeit irgendwie langatmig, langweilig, einschläfernd. Nein, die einfache Handlung und die einfache Charakterzeichnung reicht eigentlich, um von der einen Szene in die nächste zu tragen. Die Handlung des Films spitzt sich schön zu. Und der Film schafft es wirklich temporeich und dynamisch Action, Action, Action zu liefern. Und das wirklich mit einer nötigen Härte, wo man auch heutzutage noch nachvollziehen kann, dass die FSK das nicht wirklich gerne gesehen hat. Von mir gibt es auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung für Headshot. Alle Fans, asiatische Kampfsportfilme sollten sich diesen Film definitiv anschauen, sollten sich auch wirklich endlich einmal merken, wo Indonesien ist auf der Karte. Weil zumindest, wo Iko Uweiß draufsteht, ist definitiv coole Action drin. Allerdings darf man sich von Headshot wirklich kein derartig beeindruckendes Action-Spektakel und Vehikel erwarten, wie es uns Raid 2 vor allem geliefert hat. Aber es ist definitiv ein Film, der die Action, die wir in Hollywood zu sehen bekommen, definitiv in der Pfeife raucht und der deswegen, alleine deswegen, schon für Action-Fans sehenswert ist. Noch einmal, von Koch Media gibt es die ungekürzte Fassung des Films ab dem 8. Juni 2017 auf DVD, auf Blu-Ray und auch als Blu-Ray im Steelbook. Ungekürzt mit Spir.JK. 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 Vielen Dank.